Wie loswerden von Legkramps geht Wadenkrimpfe, manchmal Charlie-Pferde genannt, kommen schnell, kann vor ein paar Sekunden bis zu einigen Minuten dauern und kann sehr schmerzhaft sein. Während jeder Muskelkern oder Krampf-Krampf, die Muskeln, die die Wadenmuskeln im unteren Teil des Beines, die Oberschenkel, oder die Muskeln entlang der Rückseite des Oberschenkels und der Quadrizeps in Beinkrimpfe am häufigsten beteiligt sind, sind entlang der gefundenen Vorderseite des Oberschenkels. Schnellbehandlung der engen Muskel bewirkt, dass der Schmerz zu stoppen, aber manchmal müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte zu ergreifen, wenn Sie häufige Wadenkrimpfe haben. Erste Erste Soforthilfe Dehnen Sie den engen Muskel Muskelkrimpfe sind plötzliche und unerwartete Kontraktionen oder Spasmen eines Muskels. Um den Krampf schnell zu stoppen, muss der engen Muskel gedinnt werden. Durch die Muskeldinnung, verhindert, dass das in der eingezogenen oder beengt Position verbleibt. Einen engen Muskelstretching funktioniert am besten, wenn Sie die gestreckte Position für etwa eine Minute halten kann, oder bis der Krampf sich besser fühlt. Sie müssen möglicherweise die gestreckte Position zu wiederholen, wenn Sie den Krampf rückkehr fühlen. Dehnen Sie den Wadenmuskel Setzen Sie Ihr Gewicht auf das Bein, das den Krampf hat, und leicht Ihre Knie beugen, während Sie den Fuß flach auf dem Boden zu halten. Ein anderer Weg, um die Wadenmuskulatur zu dehnen ist eine Wand zu stellen, befinden sich wenige Schritte entfernt, und an die Wand lehnen Sie Ihre Hände für Unterstützung verwenden. Halten Sie Ihren engen Bein gerade, und den Fuß und an der Ferse auf den Boden, wie Sie Ihren Oberkörper in die Wand lehnen. Dehnen Sie den Oberschenkelmuskel Um Ihre Achillessehne oder Zurück Oberschenkelmuskel, führen Sie die Obenübung Getarnstrecken während des Sitzens, ziehen Sie Ihren Fuß in Richtung Kopf- und Brustbereich. Sie können auch Ihre Achillessehne durchliegen auf dem Rücken, und ziehen Sie die Knie an die Brust zu strecken. Wenn jemand zur Verfügung steht, können Sie durch Sanftbutting zusätzlichen Druck auf die Knie und zwingt Sie, ein wenig näher an die Brust zu helfen. Dehnen Sie Ihre Quadratzebs. Haben Sie einen Stuhl oder an der Wand in der Nähe, um die Stabilität. Biegen Sie die Knie des engen Bein und dem Fuß zu greifen. Ziehen Sie den Fuß nach oben in Richtung unteren Rücken- und Gesäßbereich. Massieren Sie den Bereich Ihres Bein, das ist Krämpfen. Sie vorsichtig den engen Muskel massiert kann es helfen, sich zu entspannen. Bewerben Wärme. Mit Methoden Wärme auf den Bereich anwenden, um der Muskel helfen, den Schmerz von der Krampf zu entspannen und beruhigen. Methoden verwendet, um Wärme anzuwenden sind ein warmes Handtuch, ein Heizkissen oder ein warmes Bad oder Dusche. Die meisten Menschen fühlen sich erleichtert, als Wärme in einem engen Muskel ausgeübt wird, und es verbessert die Durchblutung. Betrachten wir Eis verwenden. Manche Leute berichten, profitieren mit Anwendungen von Eis zu einem engen Muskel. Bestimmen Sie, was für Sie am besten funktioniert. Vermeiden Sie das Eis direkt auf der Haut platzieren. Füllen Sie eine kleine bis mittelgroße Tütchen mit Eis, und fügen Sie genug Wasser, um das Eis kaum decken. Drücken Sie die Luft aus, versiegeln Sie es gut, dann wickeln Sie das Tütchen mit einem feuchten Tuch, und es auf dem Gebiet. Eine weitere schnelle Möglichkeit ist, einen Beutel mit gefrorenem Gemüse zu verwenden, wie Erbsen oder Mais. Wickeln Sie das Paket in einem feuchten Tuch und es auf dem Gebiet. 2 Punkt Preventing Leg Cramps Verstehen Sie, warum Sie Krämpfe in den Beinen haben. Um zukünftige schmerzhafte Folgen zu vermeiden, ist es hilfreich zu verstehen, was passiert ist, dass der Krampf ausgelöst. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Wenn Sie Probleme mit Beinkrümpfe wiederholt haben, wenn Sie älter sind, Diabetes oder Lebererkrankungen, Nervenkompressionen, die durch Probleme im unteren Rücken, schlechte Durchblutung in den Beinen oder Schilddrüsenerkrankungen, können Sie ein höheres Risiko sein Beinkrümpfe zu entwickeln. Passen Sie Ihre Übungen Routinen. Übertreiben Sie es nicht. Bewegung ist wichtig für Ihre Gesundheit, aber wenn Sie Krämpfe in den Beinen haben, dann wird Ihr Körper Schwierigkeiten hat, mit Ihrer Routine Schritt zu halten. Passen Sie Ihre Aktivität Übungen oder Aktivitäten umfassen, die andere Muskelgruppen, wie Ihre Beinmuskeln auf das Niveau der Intensität passen Sie Arbeiten an. Verkürzen Sie Ihre Workout-Dauer. Muskelkrämpfe sind häufiger als die Muskeln ermüden bekommen, Flüssigkeiten verbraucht werden, und Elektrolyten in das System möglicherweise nicht ausreichend sein. Alle diese Faktoren können gleichzeitig passieren, wenn Sie Ihrer Arbeit auslangwierig sind. Trinke genug Eine der häufigsten Ursachen für Muskelkrämpfe ist Austrocknung während des Trainings oder sportlichen Aktivitäten, vor allem bei extremer Hitze. Erhöhen Sie die Menge an Wasser, das Sie kurz vor trinken, und bei Ihren Aktivitäten. Auch Trinkwasser, während Sie einen Krampf haben kann es zu lindern helfen. Wasser allein kann nicht genug sein. Während schwere Übung wird Ihr Körper auch mit Elektrolyten, die aufgefüllt werden müssen. Schädigende Elektrolyte in Ihrem Körper verursacht Muskelkrämpfe. Geben Sie mehr Elektrolyte in Ihrem System von Sportgetränken, mit Salztabletten zu trinken, und mehr Nahrungsmittel essen, die Elektrolyte, wie Bananen und Orangen enthalten. Jeder Mensch ist anders, sie gibt es keine Methode, die genaue Menge jedes Elektrolyten zu bestimmen, die sie benötigen würde, um zu konsumieren, Wadenkrämpfe zu verhindern. Stellen Sie Ihre Ernährung. Essen Sie Lebensmittel, die in Mineralien wie Kalzium reich sind, Magnesium, Kalium und Natrium. Beispiele für Lebensmittel, die reich an Kalzium und Magnesium sind, umfassen Milch, Fisch, Fleisch, Eier und Obst. Fügen Sie Lebensmittel in Ihre Ernährung jeden Tag, die Kalium enthalten. Einige Lebensmittel, die reich an Kalium sind Bananen, Fisch, Avicados und Kartoffeln. Auch sicher sein, genügend Salz in Ihre Ernährung zu erhalten. Wenn das Wetter heiß ist, und Sie von den wärmeren Temperaturen schwitzen, können Sie zu prüfen, ein Sproutgetränk jeden Tag zu trinken, die Elektrolyte, einschließlich Natrium oder Natriumchlorid enthält. Denen vor und nach, Sie trainieren. Die Muskelnstretching, bevor sie hilft Ihnen beginnen zu erwärmen, den Blutfluss in den Bereich zu verbessern, und die allgemeine Flexibilität zu verbessern. Denen Sie Ihre Beinmuskeln, wenn sie mit dem Training fertig hilft Muskelermüdung und Schmerzen zu lindern. Die richtige Dehnung kann Ihre Muskeln zu entspannen, lassen Sie alle unerwünschten Chemikalien helfen, die während Ihres Workout angesammelt haben könnten, und dazu beitragen, eine ausreichende Durchblutung des Muskelgewebes zu liefern. Antizipieren Beinkrämpfe vom Schwimmen Beim Schwimmen gute Übung ist, ist es auch eine häufige Ursache für Krämpfe in den Beinen. Ergreifen Sie die entsprechenden Sicherheitsstufen, wie Sie schwimmen beginnen, vor allem wenn man nicht schwimmen das ganze Jahr über zu tun, und wenn man in kälterem Wasser schwimmen. Denen vor dem Zubettgehen Oft treten Beinkrämpfe in der Nacht. Wenn dies geschieht, um Sie dann Ihre Beinmuskeln strecken, bevor Sie zu Bett gehen, und sicherzustellen, dass Sie ausreichend mit Flüssigkeit versorgt werden. Leichte Übung vor dem Schlafengehen kann auch helfen, die Beinkrämpfe in der Nacht zu vermeiden. Machen Sie einen kurzen Spaziergang oder einem stationären Fahrrad für ein paar Minuten Fahrt vor dem Schlafengehen. 3. Knowing wenn Arzt aufsuchen Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie einen medizinischen Zustand haben Medizinische Erkrankungen können Sie ein höheres Risiko für Wadenkrämpfe setzen, vor allem, wenn Sie Ihre Routineübung zu ändern. Einige dieser Erkrankungen gehören Diabetes, Leberprobleme, Schilddrüsenerkrankungen, Fettleibigkeit, oder komprimierte Nerven. Wadenkrämpfe sind in der Regel durch Muskelermüdung verursacht. Sie können auch durch geringen Natriumgehalt oder anderen Elektrolyten verursacht werden. Wadenkrämpfe